Hallo Kickers Fans, ich bin Knidja Elver und ich bin bei der Würzburger Kickers seit September. Ich lese eure Frage vor. Woher kommst du genau? Ich komme aus St. Lucia, kleine Insel in der Karibik. Wie viele verschiedene Sprachen sprichst du? Meine erste Sprache ist Englisch, zweite Sprache Kreol und dritte Sprache Deutsch. In welchen Verein hast du davor gespielt? Ich habe im VfB Stuttgart davor gespielt. Was sind deine persönlichen Ziele für die Rückrunde? Ich will bis Saisonende fit bleiben und viele Tore machen. Mit welchen Jungs verstehst du dich am besten? Peter, Scala und Fabio. Hast du schon immer Dreadlocks gehabt? Ich habe seit zwei Jahren in drei Monaten Dreadlocks. Wer ist der beste Tanzer im Team? Fabio Kaufmann und Knidja Elver. Georgia KiLS Berlin 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 Berlin